Hallo und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 3 Coop mit dem Zinox und dem weltberühmten, superbekannten, alles vernichteten, vernichteten, halbekannten 95! Und wenn wir noch bei der Snipermission Dauerregen, wobei wir uns bei den Bussen nicht ganz entscheiden konnten, wer jetzt wo Geisel war und wer jetzt wo Feind war. Genau, wir haben das jetzt ganz normal geklärt und ja, ihr werdet ja sehen, vielleicht klappt es besser, vielleicht muss ich dem Robin auch wieder mal helfen. Vielleicht, genau. Ich laufe einfach mal vor, ne? Renn ich bei dir eigentlich? Ja. Okay. Hast du die Waffe gerade in der Hand, so oben? Ja, ja. Okay, weil bei mir hältst du die einfach in der rechten Hand und läuft mit dir. Du weißt schon, dass man eher mit Sniper schießen sollte, ne? Ich weiß. Scheiß drauf? Ja. Die nächsten machen wir jetzt auch wieder mit Sniper. Ja. Mich wundern, dass immer... Du links. Du links. Ja. Warte, ne, das kann ich sogar mit Pistol. Drei. Moment, 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 ich seh den nicht, jetzt seh ich den. Machst du jetzt auch mit Pistol? Ne, ne. Drei, drei, zwei, eins, und... Warum hast du nicht bei Null direkt geschossen? Ich hätte nämlich... Ich hätte nämlich meinen Finger auf den Maus lassen und hab den dann direkt losgelassen. Was ist da? Ja, ich hab voll verpeilt irgendwie. Ich wollte nur Waffe wechseln. Ah, okay. Okay, aber hier müsste wieder normal sein, oder? Ne, die sind immer schon... Bist du da, ich ja. Ey, auf der AK ist auch Schally. Ja, kann sein. Ich will mir jetzt die UMP. Ne, jetzt kommen die alle von oben runtergerannt, dann brauchen wir die gar nicht mehr erledigen, ne. Warte, da lag nur UMP. Ja, nimm du mal. Ich geh nur schon mal hoch. Schally? Ja, Schally. Perfekt. Boah, dieses Gedudel geht echt auf die Eier. Ne? Warte auf deinen Teamkameraden, hier wird wahrscheinlich eh keiner mehr drin sein, aber egal. Okay, komm. Geduckt, ne? Mhm. Okay. Also ich kann dir die UMP empfehlen. Gut. So, du linken Bus. Nee, wir müssen erst mal hier unten. Gut, direkt wenn die hochkommen, ne? Ja. Keiner flüchtet! Nö. Ne, wollte ich gerade sagen. Keiner flüchtet, hier. So, jetzt aber ein bisschen koordinierter wieder. So, jetzt nimm ich den hinteren wieder, ne? Den linken. Ja. Drei... Oh, man, lass dich doch erstmal kommen. Drei, zwei, drei. Eins. Schluss. So. So, linker Bus. Ich sehe die Vermummten da. Die sind zwischen den beiden Reifen. Warte, du nimmst jetzt Charlie, ne? Äh. Geil ist schon nur Charlie. So. Die beiden in der Mitte. Genau. Du siehst, wo unsere beiden Truppen hängen? Ja, wo die beiden Männer sind. Da drüber, die, ne? Genau. Ja. Die beiden. Gut. So. Ich bin bereit. Gut. Verstand. Drei, zwei, eins. Jetzt. Zum Angriff bereit. Geysern gesichert. So, ich hab dir übrigens noch geholfen, ne? Danke. Wow. Oh Mann, oh Mann, ey. Nimm dir auch ne Schnellschuss am besten. Ne, ne, lass mal. Nein, ohne Spaß. Die sind Charlie, die sind geil. Ja, ne, ich bleib bei meiner Pistol. So, auf geht's. Ich komm mit der AK. UMP. Ja. Gut, klar. Ich weiß. Woller fuck. Wieso sind die direkt schon hier? Die sind alle alarmiert. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sag doch, hol dir ne Schnellschuss. So ist das doof, oder? Hm, wieso doof? Ja, wenn man die erst alle killen muss. Ja, die hat auch Charlie, genau. Perfekt, okay. Warte, nicht schießen. Ich nehm den, du nimmst den oberen, ich nehm den unteren. Warte, äh. Oh, da sind unten zwei. Okay, dann nehmen wir zuerst die unteren beiden. Warte mal, wie viele sind die oberen? Oder müssen wir die gleichzeitig? Ne, ich glaub nicht. Okay, erst die unteren beiden. Ich den rechten. Ja. Hast du die Waffe abgestellt? Ähm. Drei. Hoppala. Sorry. Zurück, wir haben uns gesehen. Achtung, mehrere Kontakte. Okay, also wir hätten die doch gleichzeitig kriegen müssen. Ja. Perfekt. Super. Und nach unten. Die müssen ja mal doof. Ja gut, aber... Jetzt ist unsere Schub. Ähm. Ist nur in unserem Truppen nichts passiert, dann... Dann ist alles gut. Okay, so. Warte, koordinieren. Ja. Ja, ich nehm den linken, oder... Den linken. Ja, schnell. Jetzt, jetzt, jetzt. Wo? Schieß doch. Da, immer noch da. Okay. Rechts, 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 rechts. Ja, seh ich. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Wie viel Schuss hast du noch im Magazin? Äh, bei der weiß ich... Sniper, acht. Acht von? Hundertzwei. Okay, ich hab elf von neunzig. Ich... Elf von neunundneunzig. Von hundertneunzig? Neunundneunzig. Wieso? Wo? Warte. Du ganz links. Ich ganz... L... Loll, bis dahin komm ich gar nicht. Ach, da. Ja. Ich muss noch ran. Mitte, Mitte, Mitte ist einer. Den hol ich mir jetzt. Hast du links die alle? Ja. Gut, dann hilf mir nach rechts. Das war's. Oh, ne, da oben. Da, warte, warte. Ich möchte den, ich möchte den. Bitte. Okay, das war ein halber Mill. Ja. Wirklich. Ja, ich muss mich echt einsch... Ja, na klar. Das ist kein Thema. Wir müssen nach oben. Da hinten, da hinten. Deckung, Sniper. Boah, man legt's gerade ein bisschen. Wow, 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 wow. Schalala. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hier ist die schon wieder halb. So fast, ja. Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht. Ich hoffe, ich hab die. Linke Seite müsste... Ja, ist tot. Okay. Okay, auf geht's nach oben. Munitionskiste. Warte mal. Perfekt. So, jetzt muss man mal gucken, wo die hier kommen. Erstmal abstellen die Waffe wieder, ne? Ja, klar, aber ich muss erstmal gucken, von wo die kommen. Ne, du kannst doch erstmal abstellen. Stimmt auch wieder. Warte, ich rechts, ne? Ja, ja, ja. Drei, zwei, eins. Schluss. Du zählst irgendwie ein bisschen zu langsam, finde ich. Ja, ich muss gucken, weil wenn ich auf Schuss ziele, wenn ich geschossen hab, dann kommt gerade bei dir erst Schuss, deswegen muss ich gucken. Ach so. Deswegen bin ich meist etwas nach dir, aber es ist genauer, als wenn ich direkt auf Schuss schieße. Mhm. Kontakt, habt ihr Schussmöglichkeit? Ja. Warte, nein. Noch nicht. Negativ, negativ. Ah, wir müssen uns beeilen. Drei, zwei, eins, jetzt. Haben wir auf einen geschossen? Einer flüchtet! Nee, keiner flüchtet. Ja. Du links, ne? Das... Ja. Ich wollte das nur nochmal klarstellen. Klar, klar. Okay, dann hab ich nicht getroffen. Hier sind mehrere Schützen. Warte, drei. 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 Ja. Ähm... Ich würde sagen, ich bin da links. Du links? Du links? Okay. Dann mach ich die anderen beiden. Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Du musst einen halben Mill, einen halben Mill. Scheiße. Fuck. Da in dem Haus. Ja, der ist weg. Der geht oben hoch. Bist du spät. Nee, nicht da. Mission ist gescheitert. Nein. Oder? Doch. Sascha. Ja. Wie lange war das jetzt? Das kann ich dir nicht sorgen. Guck mal bitte, ne?